Neuer James Bond, neue Playstation, neue Episode und ich bin dabei. Mittwoch, es ist ein Traum, wenn Oma gibt es rass, was sagt mir im Angebot. Für solche Preise kriegt man dieses Traum, dann könnte ich ja mal wieder Rad fahren, wie vor Jahren, da war es ja auch schon mal mit Plan. Rechtsbeschreibende Polis sind jetzt geliebt, ich war so froh und glücklich, als sie gesehen haben, dass es H&M bei uns in der Innenstadt gibt. Neuer James Bond, Playstation 3, neue Episode und ich bin dabei. Neuer James Bond, Playstation 3, neue Episode und ich bin dabei. Neuer James Bond, Playstation 3. Montag, ich war mal wieder beim Badminton, die meisten dort sind Studenten, hab früher schon gespielt, hab mich halt gefragt, warum ich nicht öfter Sport mach. Hab's sonst einfach nicht geschafft, zu Hause erstmal in die Wanne gelegt, dann E-Mails gecheckt und geguckt, was bei Facebook geht. Auf meiner Bitbank war neuer Eintrag. Roland schreibt, guten Tag, so'n Schelm, blickt mich weiter durch mein Freundeskreis. Schreibt Carola, dein neues Bild ist echt heiß, aber am besten gefällst du mir noch live. Doppelpunkt, Minus, Klammer zu, Punkt. Neuer James Bond, Playstation 3, neue Episode und ich bin dabei. Neuer James Bond, Playstation 3, neue Episode und ich bin dabei. Freitag, endlich Wochenende, es wird gesoffen. 20 Uhr haben wir uns verabredet. Raus aus dem Alltag in die Lieblingskneipe. Tina und Pete haben sich mal wieder verspätet. Und ich steh wieder da, wie bestellt, nicht abgeholt. Und im Blut, noch kein Tropfen Alkohol. Dann war natürlich alles voll, ich fand's nicht so toll. I, war's nicht wichtig, ey, ich krieg mir ein Platz. Es hat geschütet, aber richtig zu Hause war ich Pensionast. Donnerstag, der Kopf tut wie der Wachen erzielt. Hab mich schon zwei Wochen lang angekündigt. Steh aber trotzdem auf, kann ich liegen bleiben. Hat zwar keine Aufgabe, muss aber arbeiten. Will Stunden schrumpeln und außerdem Kaffee trinken und surfen. Kann man ja auch mit Schnupfen. Muss ja nur vorm Rechner sitzen, trotzdem zum Kotzen. Denn über die Berufnisse kann ich heute flachen. Beim Solitär bin ich nur am Abkacken. Heute Abend geh ich aber schön in die Wanne. Trinkst gar nicht viel und morgen in den Hocken gehen. Alles wieder okay, 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 okay. Neuer James Bond, Playstation 3, neue Episode. Und ich bin dabei, neue James Bond, Playstation 3. Neue Episode und ich bin dabei. Neuer James Bond, neue James Bond. Playstation 2, Playstation 3. Neue Episode, neue Episode und ich bin dabei. Neuer James Bond. Bläh. Bläh. Dienstag, ich komm nach Hause, setz mich noch mal hin. Guck nach draußen, ist schönes Wetter. Geh noch mal raus, ist besser noch mal durch'm Passen. Heute viele Leute haben Spaß. Manche Grillen spießt Ball, liegen im Gras. Er lässt sein Tod darüber all den Scheißen. Die Weisung und das Haus wollte erbreiten. Wenn man mal weg ist, kann ein Einiges entgehen. Zum Beispiel versetze ich mich letztens Blumenten. Und ich komm freitagabend nach Haus und kann mein Auto nicht baden. Bin jetzt in das Zentrum, Leute, Greenboot. Geh zwei Stille und steh mich in die Flange. Neuer James Bond, Playstation 3. Neue Episode und ich bin dabei. Neuer James Bond, Playstation 3. Neue Episode und ich bin dabei.